Liebe Delegierte, mein Name ist Dennis Radtke, bin 42 und Familienvater. Meine Heimat ist das Ruhrgebiet, das ich seit 2017 im Europäischen Parlament vertreten darf. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich die Menschen der Mitte zurückgewinnen. Bäcker, Stahlarbeiter, Pflegekräfte und Azubis, die will ich wieder für die CDU begeistern. Als ehemaliger Gewerkschaftssekretär der IG BCE, als sozialpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion und als Bundesvize der CDA sind soziale Gerechtigkeit und sichere Arbeitsplätze seit jeher meine Themen. Die Alltagssorgen und Nöte in der Mitte der Gesellschaft müssen bei der Neuausrichtung unserer CDU eine zentrale Rolle spielen. Ich bin Dennis Radtke, ich bitte um Ihre Stimme.